Moins zusammen meine Freunde, grüße euch zu diesem Video. Wenn euch kritischer, finanzpolitischer und wirtschaftlicher Content gefällt, dann seid ihr hier ganz genau richtig gerne ein Abo dalassen. Wir gucken nämlich rein in einen Artikel und hier bezieht sich das Ganze auf ein Interview, das der wirklich sehr, sehr gute, renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn, ehemaliger Vorsitzender oder Präsident des IFO-Instituts, gegeben hat, bei einem anderen YouTuber, René Will Rendite, glaube ich, heißt er. Genau, Grüße gehen raus. Und dementsprechend, er hat hier drei wichtige Fakten gesagt, die der Fokus aufzählt. Der Ökonom sieht drei Selbstverstärkungseffekte, die dafür sorgen, dass die Inflation nicht einfach verschwinden wird, wie er in dem Interview bei René Will Rendite sagte. Und dann heißt es nämlich, erstens, Zitat, es kommt zu Vorziehkäufen. In Erwartung weiter steigender Preise füllen Unternehmen ihre Lage auf. Die hohe Nachfrage verknappt das Angebot, weswegen die Preise weiter klettern. Logische, kausaler Zusammenhang, logische Folge. Weiterhin, zweitens, ein Preislohn, oder ein Nehm muss es heißen, eine Preislohn-Preisspirale kommt in Gang. Wegen der gestiegenen Preise verlangen die Gewerkschaften höhere Löhne. Bekommen wir aktuell schon mit, das passiert. Die gestiegenen Arbeitskosten geben die Unternehmen in Form von Preisspilien weiter. Das kommt alles auf uns als Endkunden wieder an. Das führt wiederum dazu, dass die Gewerkschaften bei den nächsten Tarifverhandlungen einen entsprechenden Lohnausgleich fordern. Es ist diese Preislohn-Preisspirale. Man könnte auch sagen, der Strudel, in den wir gerade reingezogen werden, das endet ja nicht. Das ist ja ein Kreislauf. Das ist das Problem. Und drittens, der Staat gibt mehr Geld aus. Die steigenden Preise und Löhne führen zu höheren Staatseinnahmen. Der Staat kann mehr Geld ausgeben und verstärkt dadurch die Nachfrage. So, und dementsprechend, ich finde das ganz gut, dass der Hans-Wanderer Sinn hier auch bei YouTubern unterwegs ist. Ich kannte diesen René noch nicht. Guck mir den Kanal nachher genau nochmal an. Denn man muss sich doch überlegen, wie finanzpolitisch, ich benutze besonders bewusst beide Worte gemeinsam, Finanzen und Politik, unwissend viele Leute in Deutschland sind. Weil solche Informationen in dieser Ausführlichkeit, dieses Video ist irgendwie über 30 Minuten oder 28 Minuten lang, sagen, das gibt es doch nicht im Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise. Wo habt ihr denn mal ein Interview gesehen, wo der Hans-Werner Sinn so lange saß, vielleicht bei meinem Erinnern vor ein paar Jahren. Aber jetzt heute, nö, zu kritisch, was er gerade aktuell macht, ist er auch nicht mehr im Wunsch. Und man muss ja hier, bei den drei Punkten, die er aufzählt, einen ganz, ganz wichtigen weiteren Punkt noch nennen. Das ist die EZB. Die EZB ist über Jahre, über ein Jahrzehnt hingegangen und hat billiges Geld auf den Markt geschwemmt. Diese Anleihen, die jetzt irgendwo rumkursieren, die feuern ja nur die Inflation an. Das ist doch das grundlegende Problem, weil so viel Geld im Markt ist. Also, wir haben hier eine ganz, ganz, ganz verzwickte Situation. Und genau so, was ist denn der aktuell stärkste oder einer der stärksten Treiber der Kosten für Produkte in der Produktion und alles? Die Mangelwirtschaft natürlich, keine Frage. Aber natürlich ebenso, ganz, ganz wichtiger Punkt, sind natürlich die Energiekosten. Die Energiekosten. Das heißt, das ist ja auch noch nicht mal alles komplett eingepreist, wie wir ja häufiger lesen mittlerweile. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller irgendein Produkt produziert und hat 400 Prozent, das ist realistisch, 400 Prozent höhere Energiekosten, gibt aber nur in Anführungszeichen 100 oder 150 Prozent an seine Endkunden weiter, dann wage ich trotz dessen zu bezweifeln, dass die Endkunden alle diese Produkte noch kaufen werden, respektive sie werden sich zwei, drei, viermal überlegen, ob das Produkt wirklich nötig ist. Und dadurch sehen wir, und im Olli-Redekanal berichte ich sehr häufig darüber, wie viele Insolvenzen gerade passieren. Das passiert nicht bei einem großen Unternehmen mit 1.000, 5.000, 10.000 Mitarbeitern. Nein, die sind anders aufgestellt. Das passiert bei dem, was Deutschland dazu gemacht hat, was es ist. Dem deutschen Mittelstand, den kleineren Unternehmen, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, wo eine Firma wieder pleite ist, insolvent gegangen ist, wo keine Rettung passiert ist, wo der Insolvenzverwalter die Leute entlassen muss oder 500 Mitarbeiter, hier mal wieder 150 Mitarbeiter etc. pp. Und meiner Meinung nach ganz klar, wir befinden uns in der angekündigten, vor über zwei Jahren schon angekündigten Insolvenzwelle mittendrin. Es kriegt nur keiner so richtig mit, weil es regionale, mittelständige, kleinere Unternehmen im Fokus betrifft. Erschwerend dazu haben wir noch diese Situation. Da sehen wir nämlich hier, Sägewerke schlagen Alarm, schreibt die Welt. China kauft im großen Stil deutsches Holz und wir hier vor Ort gehen leer aus. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier passiert, Leute. Es erinnert mich auch noch so ein paar Jahre zurück, zwei Jahre exakt, als China, aber auch USA ganz stark hingegangen sind und haben massiv unsere Rohstoffe hier gekauft, unter anderem auch Holz. Und die Situation hatten wir doch schon. Anstatt, dass die Regierung, und ich bin der Letzte, der für regulierte Maßnahmen und Verbote und so alles Mögliche ist, aber in diesem Bereich wäre es doch nur sinnvoll, wenn der Staat hingeht und sagt, ja Moment mal, jetzt haben wir aktuell viel Nachfrage, wir benötigen auch Holz. Wir haben das in den letzten zwei Jahren schon gesehen, wenn zu wenig da ist, ist der Holzpreis einfach mal 100, 200, vielleicht sogar 300 Prozent gestiegen. Das hat es alles gegeben. Mittlerweile hat er sich ein bisschen wieder reduziert. Und was passiert? Die Regierung macht nichts. Sie macht nichts, obwohl jetzt hier China herkommt und sagt, ja, wir kaufen jetzt Großholz in Deutschland ein und jetzt kommt das Perverse, was sie damit vorhaben. Möchten dort drüben Möbel und andere Sachen irgendwas produzieren aus Holz? Und danach wird das Ganze, nachdem es von Deutschland rübergeschifft wurde nach China, wieder zurück, fertiges Produkt, rübergeschifft werden nach Deutschland und Europa, um es hier zu verkaufen. Da mag man doch mal an die Grünen wirklich appellieren. Ist das in eurem Sinne? Habt ihr das auf dem Schirm? Warum? Ihr seid in der Regierungsverantwortung und lasst so etwas zu. CO2 und so ist doch eigentlich so ein Thema von euch. Kannst du dir nicht mehr ausdenken. Aber hier geht es speziell um den Andreas Decker. Und er sagt nämlich hier, ihm blutet das Herz, deswegen geht er zur Zeit relativ selten in den Wald und macht dort wenig Spaziergänge, weil das ganz, ganz schlimm sind. Dann heißt es nämlich hier mit dem Holz, das am Wegesrand liegt. Das sind Stämme, die auf 11,8 Meter gekürzt wurden, damit sie in die Container passen. Die gehen dann nach China und wir hier vor Ort gehen leer aus. Und da musst du dir doch überlegen, wie schlecht gewirtschaftet läuft das hier ab, dass unser Staat das nicht hinbekommt, dass es offensichtlich attraktiv für China ist, inklusive der Verschiffung nach China und von China wieder zurück. Trotz dessen so günstig zu produzieren und dieses Holz hier einzukaufen. Das kann doch irgendwo hinten und vorne nicht stimmen. Da passt doch irgendwas nicht zusammen oder sehe ich das falsch? Also kann es doch nur so sein, dass Deutschland wirtschaftlich nicht mehr attraktiv ist, da die Produktionskosten ja einfach zu hoch sind, dass diese Mehrkosten trotz dessen attraktiv sind, in Verkauf zu nehmen und irgendwo anders zu produzieren. Und woran liegt das? Ja natürlich, an den zahlreichen Abgaben, die Unternehmen zu leisten haben, wenn sie hier produzieren und etwas herstellen und Mitarbeiter einstellen etc. pp. Also es müsste doch genau andersrum laufen, dass Unternehmen hier gefördert werden, wenn sie hier produzieren und nicht noch bestraft werden mit CO2-Steuern, mit CO2-Zertifikaten etc. pp. Und dann heißt es hier in dem Artikel auch noch weiterhin, in einigen Branchen ist die Lage mittlerweile so angespannt bezüglich Rohstoffe, dass Unternehmen existenzielle Folgen fürchten. Zumal ein zweites Thema die Mangellage hier beim Laubholz noch zusätzlich verschärft. Ein seit Jahren politisch verordneter, rückläufiger Einschlag in Deutschlands Wäldern. Ja, ganz großartig. Und die Leidtragenden sind zuerst die Sägeberke, heißt es hier. Wir hatten noch nie so große Probleme, uns mit Rohstoff aus regionaler Waldwirtschaft zu versorgen, sagt der Lars Schmidt, nämlich Hauptgeschäftsführer der Deutschen Säge- und Holzindustriebundesverband. Und dann heißt es hier weiterhin, Zitat, wenn sich die Lage nicht schnell bessert, viele Betriebe ab Herbst nichts mehr zu schneiden. Wenn sich die Lage nicht schnell bessert, haben viele Betriebe ab Herbst nichts mehr zu schneiden. Und dann rechnen wir mit Betriebsschließungen. Ja, und die Folge daraus, Leute, wir bekommen noch mehr Arbeitslose. Die Existenzen sind bedroht, dass sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, wenn sie haben, ihren Hauskredit abbezahlen können etc. pp. Prost Mahlzeit. Man könnte es alles lösen. Ich sage es immer wieder. Herr Funden, dann habe ich noch ein ganz anderes Thema. Das ist auch schon ein paar Jahre alt, muss man wirklich sagen. Nämlich exakt drei Jahre ist es her. Und dann hieß es nämlich damals, 2019 im August, Datenskandal bei Mastercard weitet sich aus, schrieb das Manager-Magazin. Das Datenlecken bei Mastercard ist offenbar gravierender als gedacht. Nachdem am Montag Einsatz mit Daten wie Handynummern, Adressen und Geburtstagen von knapp 90.000 Kunden des Bonusprogramms Priceless Specials im Netz aufgetaucht war, ist von Unbekannten jetzt eine umfassende Liste. Unverschlüsselter Kartennummern veröffentlicht worden. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch daran erinnert. Ich habe mich daran erinnert, weil ich durch Zufall auf diesen Artikel hier gestoßen bin, der vom Februar 2021 war. Und was Neueres, was Aktuelleres, habe ich nicht finden können dazu. Es scheint nämlich nichts mehr passiert zu sein, das Thema ist im Sande verlaufen. Hier hieß es nämlich damals im Februar, Richterstufen Datenverlust im Mastercard, Priceless Skandal als Bagatellschaden ein. Ja, das war das Landgericht Karlsruhe, das das Ganze hier als Bagatellschaden eingestuft hat. Allerdings der Europäische Gerichtshof, ich konnte bislang nichts genaueres dazu finden, dass da nochmal irgendwie ein anderes Wort gesprochen wurde, ähnliches. Ihr könnt es mal gerne in den Kommentar schreiben. Und damals hatte nämlich ein Betroffener hier, ein Kläger, 5000 Euro von Mastercard als Entschädigung gefordert. Ob das gerecht ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Aber es ist doch krass, wenn hier so eine Einordnung nur als Bagatellschaden kommt. Und ich habe ja gerade zahlreiche Daten aufgelistet, die hier veröffentlicht wurden seinerzeit. Das ist doch krass. Ja, schreibt mal eure Meinung unten rein, ich muss aufpassen mit dem, was man hier sagt. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure kritische Meinung unten in den Kommentaren. Signalisiert es mir mit einem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert diesen Kanal gerne. Ich freue mich sehr darauf, neue Mitglieder zu begrüßen. Mitgliedschaften können mich unterstützen. Das als Stichwort hier auch nochmal. Haut rein, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.